21 21 Conversation 2 Smalltalk 2 D'où venez-vous? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? D'où venez-vous? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? De Bale Aus Basel De Bale Aus Basel Aus Basel Bal se trouve en Suisse Basel liegt in der Schweiz Basel liegt in der Schweiz Bal se trouve en Suisse Basel liegt in der Schweiz Basel liegt in der Schweiz Puis-je vous présenter Monsieur Müller? Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen? Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen? Puis-je vous présenter Monsieur Müller? Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen? Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen? Il est étranger Er ist Ausländer Er ist Ausländer Er spricht mehrere Sprachen Er spricht mehrere Sprachen Est-ce la première fois que vous êtes ici? Sind Sie zum ersten Mal hier? Sind Sie zum ersten Mal hier? Sind Sie zum ersten Mal hier? Non, j'y étais déjà l'an dernier Nein, ich war schon letztes Jahr hier Non, j'y étais déjà l'an dernier Nein, ich war schon letztes Jahr hier Mais seulement pour une semaine Aber nur eine Woche lang Mais seulement pour une semaine Mais seulement pour une semaine Mais seulement pour une semaine Comment vous plaisiez-vous chez nous? Wie gefällt es Ihnen bei uns? Comment vous plaisiez-vous chez nous? Wie gefällt es Ihnen bei uns? Wie gefällt es Ihnen bei uns? Beaucoup. Les gens sont très sympathiques. Sehr gut. Die Leute sind nett. Beaucoup. Les gens sont très sympathiques. Sehr gut. Die Leute sind nett. Sehr gut. Die Leute sind nett. Et le paysage me plaît aussi. Und die Landschaft gefällt mir auch. Et le paysage me plaît aussi. Und die Landschaft gefällt mir auch. Quelle est votre profession? Was sind Sie von Beruf? Quelle est votre profession? Was sind Sie von Beruf? Je suis traducteur, traductrice. Je suis traducteur, traductrice. Ich bin Übersetzer. Je traduie des livres. Ich übersetze Bücher. Je traduie des livres. Ich übersetze Bücher. Ich übersetze Bücher. Et vous seul ici? Sind Sie allein hier? Sind Sie allein hier? Sind Sie allein hier? Et vous seul ici? Nein, meine Frau, mein Mann ist auch hier. Nein, meine Frau, mein Mann ist auch hier. Et voici mes deux enfants. Und dort sind meine beiden Kinder. Und dort sind meine beiden Kinder. Et voici mes deux enfants. Und dort sind meine beiden Kinder. Und dort sind meine beiden Kinder. Und dort sind meine beiden Kinder. Est-ce que vous fumez? Rauchen Sie? Rauchen Sie? Est-ce que vous fumez? Rauchen Sie? Rauchen Sie? Autrefois, oui. Früher, ja. Früher, ja. Autrefois, oui. Früher, ja. Mais maintenant, je ne fume plus. Aber jetzt rauche ich nicht mehr. Aber jetzt rauche ich nicht mehr. Mais maintenant, je ne fume plus. Aber jetzt rauche ich nicht mehr. Aber jetzt rauche ich nicht mehr. Est-ce que ça vous dérange, si je fume? Stört es Sie, wenn ich rauche? Est-ce que ça vous dérange, si je fume? Stört es Sie, wenn ich rauche? Stört es Sie, wenn ich rauche? Non, pas du tout. Nein, absolut nicht. Non, pas du tout. Nein, absolut nicht. Ça ne me dérange pas. Das stört mich nicht. Ça ne me dérange pas. Das stört mich nicht. Prendriez-vous quelque chose à boire? Trinken Sie etwas? Trinken Sie etwas? Prendriez-vous quelque chose à boire? Trinken Sie etwas? Trinken Sie etwas? Un cognac? Non, plutôt une bière. Nein, lieber ein bier. Non, plutôt une bière. Nein, lieber ein bier. Voyagez-vous beaucoup? Reisen Sie viel? Reisen Sie viel? Voyagez-vous beaucoup? Oui, mais ce sont principalement des voyages d'affaires. Ja, meistens sind das Geschäftsreisen. Ja, meistens sind das Geschäftsreisen. Mais maintenant, nous sommes en vacances. Aber jetzt machen wir hier Urlaub. Aber jetzt machen wir hier Urlaub. Mais maintenant, nous sommes en vacances. Aber jetzt machen wir hier Urlaub. Aber jetzt machen wir hier Urlaub. Quelle chaleur! Was für eine Hitze! Was für eine Hitze! Quelle chaleur! Was für eine Hitze! Was für eine Hitze! Oui, aujourd'hui, il fait vraiment chaud. Ja, heute ist es wirklich heiß. Ja, heute ist es wirklich heiß. Oui, aujourd'hui, il fait vraiment chaud. Ja, heute ist es wirklich heiß. Ja, heute ist es wirklich heiß. Allons sur le balcon. Gehen wir auf den Balkon. Gehen wir auf den Balkon. Allons sur le balcon. Gehen wir auf den Balkon. Gehen wir auf den Balkon. Demain, il y aura une fête. Morgen gibt es hier eine Party. Morgen gibt es hier eine Party. Demain, il y aura une fête. Morgen gibt es hier eine Party. Morgen gibt es hier eine Party. Est-ce que vous y venez aussi? Kommen Sie auch? Kommen Sie auch? Est-ce que vous y venez aussi? Kommen Sie auch? Kommen Sie auch? Oui, nous y sommes aussi invités. Ja, wir sind auch eingeladen. Ja, wir sind auch eingeladen. Oui, nous y sommes aussi invités. Ja, wir sind auch eingeladen. Ja, wir sind auch eingeladen. 23 23 23 23 Apprendre des langues étrangères. Où avez-vous appris l'Espagnol? Wo haben Sie Spanisch gelernt? Wo haben Sie Spanisch gelernt? Où avez-vous appris l'Espagnol? Où haben Sie Spanisch gelernt? Où haben Sie Spanisch gelernt? Parlez-vous également Portugais? Können Sie auch Portugiesisch? Können Sie auch Portugiesisch? Parlez-vous également Portugais? Oui, je parle aussi un peu l'Italien. Ja, und ich kann auch etwas Italienisch. Ja, und ich kann auch etwas Italienisch. Ja, und ich kann auch etwas Italienisch. Je trouve que vous parlez très bien. Ich finde, Sie sprechen sehr gut. Ich finde, Sie sprechen sehr gut. Je trouve que vous parlez très bien. Ich finde, Sie sprechen sehr gut. Ich finde, Sie sprechen sehr gut. Les langues se ressemblent. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. Les langues se ressemblent. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. Je peux bien les comprendre. Ich kann sie gut verstehen. Ich kann sie gut verstehen. Je peux bien les comprendre. Ich kann sie gut verstehen. Ich kann sie gut verstehen. Ich kann sie gut verstehen. Mais les parler et les écrire est difficile. Aber sprechen und schreiben ist schwer. Aber sprechen und schreiben ist schwer. Mais les parler et les écrire est difficile. Je fais encore beaucoup de fautes. Ich mache noch viele Fehler. Je fais encore beaucoup de fautes. Ich mache noch viele Fehler. N'hésitez pas à me corriger, s'il vous plaît. Bitte korrigieren Sie mich immer. Bitte korrigieren Sie mich immer. N'hésitez pas à me corriger, s'il vous plaît. Votre prononciation est très bonne. Ihre Aussprache ist ganz gut. Votre prononciation est très bonne. Ihre Aussprache ist ganz gut. Ihre Aussprache ist ganz gut. On devine d'où vous venez. Man erkennt woher sie kommen. On devine d'où vous venez. Man erkennt woher sie kommen. Man erkennt woher sie kommen. Quelle est votre langue maternelle? Was ist Ihre Muttersprache? Quelle est votre langue maternelle? Was ist Ihre Muttersprache? Suivez-vous des cours de langue? Machen Sie einen Sprachkurs? Suivez-vous des cours de langue? Machen Sie einen Sprachkurs? Machen Sie einen Sprachkurs? Quel materiel utilisez-vous? Welches Lehrwerk benutzen Sie? Welches Lehrwerk benutzen Sie? Welches Lehrwerk benutzen Sie? Welches Lehrwerk benutzen Sie? Pour le moment, je ne m'en souviens plus. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. Le titre ne me revient pas. Mir fällt der Titel nicht ein. Le titre ne me revient pas. Mir fällt der Titel nicht ein. Je l'ai oublié. Ich habe das vergessen. Je l'ai oublié. Ich habe das vergessen. 24 24 Le rendez-vous. Verabredung Verabredung Hast du raté le bus? Hast du den bus verpasst? Hast du den bus verpasst? Hast du den bus verpasst? Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. Hast du kein Handy bei dir? Hast du kein Handy bei dir? Hast du kein Handy bei dir? Sei das nächste Mal pünktlich. 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 Prends ein Taxi la prochaine fois. Nimm das nächste Mal ein Taxi. Prends ein Taxi la prochaine fois. Nimm das nächste Mal ein Taxi. Amène un Parapluie la prochaine fois. Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. Amène un Parapluie la prochaine fois. Nimm das nächste Mal ein Taxi la prochaine fois. Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. Tut mir leid. Morgen geht es bei mir nicht. Tut mir leid. Morgen geht es bei mir nicht. Je suis désolé. Demain, cela ne me convient pas. Tut mir leid. Morgen geht es bei mir nicht. Tut mir leid. Morgen geht es bei mir nicht. Hast du dieses Wochenende schon etwas vor? 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 Oder bist du schon verabredet? Oder bist du schon verabredet? Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende. 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 Wollen wir an den Strand fahren? Wollen wir an den Strand fahren? Wollet-vous aller a la plage? Wollen wir an den Strand fahren? Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende. Ich hole dich vom Büro ab. Ich hole dich vom Büro ab. Ich hole dich von zu Hause 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 ab. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. 25 25 25 En ville In der Stadt In der Stadt Je voudrais aller a la gare. Ich möchte zum Bahnhof. Ich möchte zum Bahnhof. Ich möchte zum Bahnhof. Ich möchte zum Bahnhof. Ich hole dich an der Stadt. Ich hole dich an der Stadt. Ich hole dich an der Stadt. Ich möchte ins Stadtzentrum. Je voudrais aller dans le centre-ville. Ich möchte ins Stadtzentrum. Comment vais-je à la gare? Wie komme ich zum Bahnhof? Comment vais-je à la gare? Comment vais-je à l'aéroport? Wie komme ich zum Flughafen? Comment vais-je à l'aéroport? Wie komme ich zum Flughafen? Comment vais-je dans le centre-ville? Wie komme ich ins Stadtzentrum? Comment vais-je dans le centre-ville? Wie komme ich ins Stadtzentrum? Wie komme ich ins Stadtzentrum? J'ai besoin d'un taxi. Ich brauche ein taxi. Ich brauche ein taxi. J'ai besoin d'un plan de la ville. J'ai besoin d'un plan de la ville. J'ai besoin d'un hotel. J'ai besoin d'un hotel. J'ai besoin d'un hotel. Je voudrais louer une voiture. Ich möchte ein Auto mieten. Je voudrais louer eine voiture. Ich möchte ein Auto mieten. Voici ma carte de crédit. Hier ist meine Kreditkarte. Hier ist meine Kreditkarte. Voici ma carte de crédit. Hier ist meine Kreditkarte. Voici mon permis de conduire. Hier ist mein Führerschein. Voici mon permis de conduire. Hier ist mein Führerschein. Que faut-il visiter dans la ville? Was gibt es in der Stadt zu sehen? Que faut-il visiter dans la ville? Was gibt es in der Stadt zu sehen? Aller dans la vieille ville. Gehen Sie in die Altstadt. Aller dans la vieille ville. Gehen Sie in die Altstadt. Faites une visite guidée. Machen Sie eine Stadtrundfahrt. Machen Sie eine Stadtrundfahrt. Faites une visite guidée. Machen Sie eine Stadtrundfahrt. Machen Sie eine Stadtrundfahrt. Aller au port. Machen Sie eine Stadtrundfahrt. Machen Sie eine Hafenrundfahrt. Machen Sie eine Hafenrundfahrt. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch? 26 26 Dans la Natur In der Natur Vois-tu la Tour? Siehst du dort den Turm? Vois-tu la Tour? Siehst du dort den Tourm? Vois-tu la Montagne? Siehst du dort den Berg? Vois-tu la Montagne? Siehst du dort den Berg? Siehst du dort den Berg? Vois-tu le Village? Siehst du dort das Dorf? Vois-tu le Village? Siehst du dort das Dorf? Siehst du dort das Dorf? Vois-tu la Rivière? Siehst du dort den Fluss? Siehst du dort den Fluss? Siehst du dort den Fluss? Vois-tu le Pont? Siehst du dort die Brücke? 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 Vois-tu le Lac? Siehst du dort den See? 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 Siehst du dort die Brücke? Siehst du dort die Brücke? Der Stein hier gefällt mir. Der Stein hier gefällt mir. Der Park da gefällt mir. Der Park da gefällt mir. Der Garten da gefällt mir. Der Garten da gefällt mir. Der Garten da gefällt mir. Cette fleur me plaît. Die Blume hier gefällt mir. Die Blume hier gefällt mir. Ich finde das hübsch. Ich finde das hübsch. Ich finde das hübsch. Ich finde das interessant. Ich finde das interessant. Ich finde das wunderschön. 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 Ich finde das furchtbar. Ich finde das wunderschön. 27. 27. 27. A l'hôtel. Arrivée. Im Hotel. Ankunft. Avez-vous une chambre libre? Haben Sie ein Zimmer frei? Avez-vous une chambre libre? Haben Sie ein Zimmer frei? J'ai réservé une chambre. Ich habe ein Zimmer reserviert. J'ai réservé une chambre. Ich habe ein Zimmer reserviert. Ich habe ein Zimmer reserviert. Mon nom est Müller. Mein Name ist Müller. Mon nom est Müller. Mein Name ist Müller. J'ai besoin d'une chambre simple. Ich brauche ein Einzelzimmer. Ich brauche ein Einzelzimmer. J'ai besoin d'une chambre double. Ich brauche ein Doppelzimmer. J'ai besoin d'une chambre double. Ich brauche ein Doppelzimmer. Ich brauche ein Doppelzimmer. Ich brauche ein Doppelzimmer. Ich brauche ein Doppelzimmer pro Nacht. Je voudrais une chambre avec bain. Ich möchte ein Doppelzimmer. Ich möchte ein Zimmer mit bain. Ich möchte ein Zimmer mit bain. Ich möchte ein Zimmer mit bain. Je voudrais une chambre avec bain. Ich möchte ein Zimmer mit bain. Ich möchte ein Zimmer mit bain. Puis-je voir la chambre? Kann ich das Zimmer sehen? Kann ich das Zimmer sehen? Kann ich das Zimmer sehen? Y a-t-il ein Garage ici? Gibt es hier eine Garage? Y a-t-il ein Garage ici? Gibt es hier eine Garage? Y a-t-il ein Koffrefort ici? Gibt es hier einen Safe? Y a-t-il ein Koffrefort ici? Gibt es hier einen Safe? Y a-t-il ein Fax ici? Gibt es hier einen Fax? Y a-t-il ein Fax ici? Gibt es hier einen Fax? Gibt es hier einen Fax? Bon, je prends la chambre. Gut, ich nehme das Zimmer. Gut, ich nehme das Zimmer. Bon, je prends la chambre. Gut, ich nehme das Zimmer. Voici les Clés. Hier sind die Schlüssel. Hier sind die Schlüssel. Voici les Clés. Hier sind die Schlüssel. Hier sind die Schlüssel. Voici mes Bagages. Hier ist mein Gepäck. Hier ist mein Gepäck. Voici mes Bagages. Hier ist mein Gepäck. Hier ist mein Gepäck. A quelle heure est servi le petit déjeuner? Um wie viel Uhr gibt es Frühstück? A quelle heure est servi le petit déjeuner? Um wie viel Uhr gibt es Frühstück? A quelle heure est servi le déjeuner? Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen? A quelle heure est servi le déjeuner? Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen? A quelle heure est servi le déjeuner? Um wieviel Uhr gibt es Abendessen? A quelle heure est servie le Diner? Um wieviel Uhr gibt es Abendessen? 28 28 A l'hotel, Reklamation Im Hotel, Beschwerden Im Hotel, Beschwerden La douche ne fonctionne pas Die Dusche funktioniert nicht Die Dusche funktioniert nicht La douche ne fonctionne pas Die Dusche funktioniert nicht Die Dusche funktioniert nicht Il n'y a pas douche oude Es kommt kein warmes Wasser Es kommt kein warmes Wasser Il n'y a pas douche oude Es kommt kein warmes Wasser Es kommt kein warmes Wasser Pouvez-vous repare ça? Können sie das reparieren lassen? Können sie das reparieren lassen? Pouvez-vous repare ça? Können sie das reparieren lassen? Können sie das reparieren lassen? Il n'y a pas de téléphone dans la chambre Es gibt kein Telefon im Zimmer Es gibt kein Telefon im Zimmer Il n'y a pas de téléphone dans la chambre Es gibt kein Telefon im Zimmer Es gibt kein Telefon im Zimmer Il n'y a pas de téléphone dans la chambre Il n'y a pas de téléphone dans la chambre Il n'y a pas de téléphone dans la chambre Es gibt keinen Fernseher im Zimmer Il n'y a pas de téléphone dans la chambre Il n'y a pas de téléphone dans la chambre Il n'y a pas de téléphone dans la chambre La chambre est trop brillante Das Zimmer ist zu laut Das Zimmer ist zu laut La chambre est trop petite Das Zimmer ist zu dunkel Das Zimmer ist zu dunkel Le chauffage ne fonctionne pas Die Heizung funktioniert nicht Le chauffage ne fonctionne pas Die Heizung funktioniert nicht Die Heizung funktioniert nicht Die Klimaanlage funktioniert nicht. Die Klimaanlage funktioniert nicht. Der Fernseher ist kaputt. Der Fernseher ist kaputt. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist mir zu teuer. 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 Haben Sie etwas billigeres? Haben Sie etwas billigeres? Haben Sie etwas billigeres? Gibt es hier eine Jugendherberge? 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 Gibt es hier eine Pension? Gibt es hier in der Nähe 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 ein Restaurant? Gibt es hier in der Nähe eine Pension? 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 29 29 29 Au Restaurant 1 Im Restaurant 1 Im Restaurant 1 Gebt's Gibt es hier in der Nähe eine Pension? Gibt es hier in der Nähe eine Pension? Ist der Tisch frei? Je désirerai la carte. Ich möchte bitte die Speisekarte. Je désirerai la carte. Ich möchte bitte die Speisekarte. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Was können Sie empfehlen? Qu'est-ce que vous nous recommandez? Was können Sie empfehlen? J'aimerais une bière. Ich hätte gern ein Bier. J'aimerais une bière. Ich hätte gern ein Bier. J'aimerais une eau minérale. Ich hätte gern ein Mineralwasser. J'aimerais un jus d'orange. Ich hätte gern einen Orangensaft. J'aimerais un jus d'orange. Ich hätte gern einen Orangensaft. Ich hätte gern einen Orangensaft. J'aimerais un café. Ich hätte gern einen Kaffee. Ich hätte gern einen Kaffee. Ich hätte gern einen Kaffee. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch. J'aimerais un café au lait. J'aimerais un café au lait. J'aimerais un café au lait. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch. J'aimerais un café au lait. Avec du sucre, s'il vous plaît. Mit Zucker bitte. Mit Zucker bitte. Avec du sucre, s'il vous plaît. Ich möchte einen Tee. Ich möchte einen Tee mit Zitrone. 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 Ich möchte einen Tee mit Milch. Ich möchte einen Tee mit Zitrone. Haben Sie einen Aschenbecher? Haben Sie einen Aschenbecher? Haben Sie Feuer? Haben Sie Feuer? Avez-vous du Feu? Haben Sie Feuer? Je n'ai pas de fourchette. Mir fehlt eine Gabel. Mir fehlt eine Gabel. Mir fehlt eine Gabel. Je n'ai pas de couteau. Mir fehlt ein Messer. Mir fehlt ein Messer. Mir fehlt ein Messer. 30 30 30 30 30 30 31 31 32 32 31 32 32 Einen Apfelsaft, bitte. Ein Jus de Pomme, s'il vous plaît. Eine Limonade, bitte. Eine Limonade, bitte. Ein Jus de Tomate, s'il vous plaît. Einen Tomatensaft, bitte. Ein Jus de Tomate, s'il vous plaît. Einen Tomatensaft, bitte. J'aimerais un ver de vin rouge. J'aimerais un ver de vin rouge. J'aimerais un ver de vin blanc. Ich hätte gern ein Glas Weisswein. Ich hätte gern ein Glas Weisswein. J'aimerais un ver de vin blanc. Ich hätte gern ein Glas Weisswein. Ich hätte gern ein Glas Weisswein. J'aimerais une Bouteille de Champagne. Ich hätte gern eine Flasche Sekt. Ich hätte gern eine Flasche Sekt. J'aimerais un ver... J'aimerais un ver... Magst du Rindfleisch? Aimes-tu le boeuf? Magst du Rindfleisch? Aimes-tu le boeuf? Magst du Schweinefleisch? Aimes-tu le boeuf? Magst du Schweinefleisch? Je désirerais un plat sans viande. Ich möchte etwas ohne Fleisch. Je désirerais un plat sans viande. Ich möchte etwas ohne Fleisch. Ich möchte etwas ohne Fleisch. Je désirerais un plat de légumes. Ich möchte eine Gemüseplatte. Ich möchte etwas, was nicht lange dauert. Ich möchte etwas, was nicht lange dauert. Möchten Sie das mit Nudeln? Möchten Sie das mit Nudeln? Möchten Sie das mit Nudeln? Voulez-vous des pommes de terre en accompagnement? Möchten Sie das mit Kartoffeln? 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 Das Essen ist kalt. La nourriture est froide. Das Essen ist kalt. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. Das habe ich nicht bestellt. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. Das habe ich nicht bestellt. Das habe ich nicht bestellt.